Ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Bereich der bildenden Kunst und organisiere internationale Ausstellungen. Bitte, bitte! Ich bin sorry. Ich bin Josef. Ich bin Monika. Der Prinz, das muss ich wissen. Sehr gut. Ich bin froh, Frau. Also, du bist wirklich ein Prinz, oder? Ich bin eine beurte Frau, wie du siehst. Wie wissen Sie, ich bin siehst? Du hast mir gar nicht erzählt, dass du jemanden kennengelernt hast. Ein Künstler. Josef sells Diamonds. Wirklich? Ich wollte immer wissen, was diese sind wert. Du und dein Freund, du denkst, ich bin ein Schuss? Nein. Oh, für dich ist es easy. Für den Rest des Worlds, es ist nicht so. Weißt du, wo er ist? Er ist ein Wo. Und hast du dir das jetzt so vorgestellt für dein Leben? Ich bin, wo es ist. Uhm, ja, ja, ja. Ich bin froh.